Stadtharmonie Ammerischwil Liebe Freunde der Stadtharmonie Ammerischwil, herzlich willkommen zu unserem festlichen Konzert hier aus der katholischen Kirche. Die Stadtharmonie hat Corona-bedingt das Programm und sämtliche Konzerte in diesem Jahr immer wieder über den Haufen rühren. Leider auch das Konzert jetzt vor Weihnachten. In den letzten Minuten müssen wir auch hier wieder ändern. Wir hätten sehr gerne am Freitag und am Sonntag vor euch gespielt und mit unserer Musik euch eine Freude gemacht. Jetzt können Sie das Konzert von zu Hause aus in den Stuben geniessen, die festlichen Klänge, die wir für euch aufgenommen haben. Mit diesem Konzert wünschen wir euch ganz schöne Festtage, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund! Die Stadtharmonie Die Stadtharmonie Die Stadtharmonie Die Stadtharmonie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020